Thomas, erste Worte kurz nach dem späten Knockout. Wie kann es passieren, dass sie ausschädelt? Ja, was soll ich dir jetzt sagen? Das ist peinlich, dass wir verlieren gegen so eine Mannschaft. Gegen Villarreal verlieren wir diese gefälschte Real Madrid. Und dann Julian Nagelak. Gar nichts, gar nichts gemacht. 90. Minute wechselt er ein. Chupo Mating. Willst du mich verarschen oder was? Und dann Lewandowski ganze Woche sagte, ich wechsel zu Barcelona und dann schießt er nur eine Tore oder was? Und dann ist doch normal, dass man rausfliegt gegen Villarreal, diese gefälschte Real Madrid. Und das war einfach ein Katastrophenspiel von uns. Aber, ja. Jena meinte vorher, man wollte mehr über die Außen kommen. Ihr habt es ja auch probiert. Hat nicht ganz funktioniert. Das Zentrum war viel dicht. Trotzdem gefühlt mit der zweiten Halbzeit. War alles frischer, intensiver. Ja, also, ja. Ja, also, seit wann bist du Fußballer-Expert? So eine Scheiße habe ich noch nie gehört in meinem Leben. Über Außen? Äh, wenn du willst, äh... Wenn du willst, äh... Für Instagram und ja, das war nichts. Das war keine Champions League-Niveau. Das war peinlich und Katastrophe. Ähm... Ja. Da kann man nichts machen. Gutes Sammeln. Dankeschön. Danke.